Klarheit. Das magische Wort, das unser Leben verändern kann. Aber was bedeutet Klarheit eigentlich und warum ist es so wichtig, sie im Leben zu suchen und zu erlangen? Lasst uns gemeinsam herausfinden, warum Klarheit und nicht nur bloße Zuversicht der Schlüssel zu einem erfüllten Leben ist. Stellt euch Klarheit als eine leuchtende Lampe vor, die uns hilft, unseren wahren Wünschen, Absichten und Motivationen auf den Grund zu gehen. Mit dieser Lampe in der Hand wissen wir genau, wer wir sind, was wir wollen und warum wir es wollen. Sie führt uns durch die Dunkelheit der Unsicherheit und zeigt uns den Weg zu einem sinnvollen und erfüllten Leben. Zuversicht ist zweifellos ein wichtiger Begleiter auf unserer Lebensreise. Sie gibt uns den Mut, Hindernisse zu überwinden und motiviert uns, unsere Ziele zu verfolgen. Doch ohne Klarheit könnte Zuversicht uns in die Irre führen, sodass wir auf einem Weg landen, der nicht unseren wahren Bedürfnissen und Sehnsüchten entspricht. Klarheit ist unser wertvollster Schatz, weil sie uns dabei hilft, uns auf das zu konzentrieren, was wirklich zählt. In dem wir Klarheit suchen und erlangen, können wir erkennen, welche Aspekte unseres Lebens unser Wohlbefinden fördern und welche uns zurückhalten oder unglücklich machen. Sie erlaubt uns, unser Leben bewusster und authentischer zu gestalten. Ein Leben ohne Klarheit gleicht einem Schiff ohne Kompass. Ständig auf der Suche nach Glück, ohne zu wissen, was uns wirklich erfüllt. Doch wenn wir Klarheit finden, können wir unsere Energie und Zeit gezielt einsetzen und uns auf das konzentrieren, was wirklich wichtig ist. Um Klarheit in unser Leben zu bringen, sollten wir also aktiv danach streben, indem wir uns Zeit nehmen, um über unsere Werte, Ziele und Prioritäten nachzudenken. Stell dir vor, du bist wie ein Schauspieler in einem Film. Aber du hast keine Ahnung, worum es in dem Film überhaupt geht oder welche Rolle du eigentlich spielst. Komisch, oder? Tatsächlich leben viele von uns genau so, ohne wirklich darüber nachzudenken, warum wir tun, was wir tun. Seit unserer Kindheit wird uns ständig gesagt, was wir tun sollen und wie wir es tun sollen. Du sollst zur Schule gehen, du sollst studieren, du sollst heiraten, du sollst Geld verdienen, ein Haus haben, dies und jenes kaufen und so weiter. Das geht so weiter, bis wir sterben. Ständig rennen wir von einer Aufgabe zur nächsten, von einem Ziel zum anderen, machen uns To-Do-Listen, ohne innezuhalten und uns zu fragen, warum tue ich das alles eigentlich? Klarheit ist wie eine Superkraft, die uns hilft, diese grundlegenden Fragen zu beantworten und den Nebel zu lüften, der unsere Sicht auf das wahre Streben nach Glück verstellt. Sie ermöglicht uns, unser eigenes Leben aus einer völlig neuen Perspektive zu betrachten, einer Perspektive, die nicht durch gesellschaftliche Erwartungen und Normen verzerrt ist. Mit Klarheit können wir uns von den vielen Zwängen und Illusionen lösen, die uns zurückhalten und unser wahres Potenzial entfalten. Sie gibt uns die Möglichkeit, uns selbst und unsere Welt in einem neuen Licht zu sehen, was uns letztendlich zu mehr Freude, Glück und innerem Frieden führt. Denk mal darüber nach. Wir alle suchen auf unterschiedliche Weise nach Glück. Einige von uns gehen feiern, andere verfolgen Karriereziele und wieder andere suchen nach Liebe oder Anerkennung. Aber wie oft haben wir uns gefragt, ob diese Dinge uns wirklich glücklich machen? Oft stellen wir fest, dass, sobald wir das erreicht haben, wonach wir gesucht haben, es nicht die Erfüllung bringt, die wir erwartet haben. Und dann suchen wir weiter nach dem nächsten Erfolg, der nächsten Beziehung oder dem nächsten Abenteuer. Ohne Klarheit laufen wir Gefahr, in einem endlosen Kreislauf des Strebens gefangen zu sein, ohne jemals wirklich zufrieden zu sein. Aber wenn wir uns die Zeit nehmen, innezuhalten und wirklich darüber nachdenken, was uns Glück und Erfüllung bringt, können wir beginnen, unser Leben bewusster und zielgerichteter zu gestalten. Mit Klarheit können wir auch erkennen, dass das, was wir wirklich suchen, bereits tief in unserem Inneren liegt. Wir müssen es nur entdecken und ans Licht bringen. Wie erlange ich Klarheit? Die Reise beginnt. Du fragst dich jetzt sicher, okay, Klarheit klingt super, aber wie bekomme ich diese Superkraft? Nun, du wirst es nicht glauben, aber die Antwort liegt tatsächlich schon in dir. Es gibt viele Wege, um Klarheit zu erlangen. Und heute wollen wir dir von einer Methode erzählen, die uns persönlich geholfen hat. Hatha-Yoga. Bevor du jetzt sagst, Yoga, das sind doch nur verrückte Körperverrenkungen, oder? Lass mich dir erklären, was harte Yoga wirklich ist. Yoga bedeutet Einheit und geht weit über körperliche Übungen hinaus. Es ist eine uralte Wissenschaft, die sich mit dem inneren Wohlbefinden befasst und Körper, Verstand und Emotionen in Einklang bringt. Hatha-Yoga ist eine Form des Yoga, die genau auf diese Harmonisierung abzielt. Stell dir Hatha-Yoga wie ein Schatzkästchen vor, gefüllt mit wertvollen Werkzeugen, die dir helfen, Klarheit zu erlangen, indem du lernst, wie dein Körper, deine Emotionen, dein Verstand und dein Atem zusammenwirken. Und das Beste daran, du musst kein Profi sein, um damit anzufangen. Du kannst schon heute deine Reise damit beginnen. Indem du dir täglich 15 Minuten Zeit nimmst, um einfach nur da zu sitzen und nichts zu tun. Kein Smartphone, kein Fernsehen, keine Musik, nichts. Nur du und dein Atem. Beobachte einfach, was in deinem Verstand, deinen Emotionen und deinem Körper vor sich geht, ohne zu bewerten, was du denkst oder fühlst. Achte dabei besonders auf deinen Atem, um nicht in deine Gedanken verloren zu gehen. Ich weiß, das klingt einfach, aber glaub mir, es ist eine unglaublich kraftvolle Übung, die deinem Geist hilft, zur Ruhe zu kommen und deinen Fokus schärft. Mit der Zeit wirst du auch feststellen, dass deine Klarheit wächst. Und du wirst besser verstehen, was dir im Leben wirklich wichtig ist und was du erreichen willst. Falls du noch unsicher wirst und mehr über Hatha Yoga erfahren möchtest, haben wir die perfekte Empfehlung für dich. Die Lila Yoga School. Die Lila Yoga School unterrichtet Hatha Yoga in seiner ursprünglichen Form, genau wie es seit tausenden von Jahren von Meister zu Meister weitergegeben wird. Schau dir gerne ihren Online-Kurs an, den wir in der Beschreibung verlinkt haben. Und schau gerne vorbei, um mehr über die Kurse und Programme zu erfahren. Wir hoffen, dass dieses Video euch etwas dabei hilft, den Weg zur Klarheit zu finden und ein glücklicheres, erfüllteres Leben zu führen. Wenn ihr Fragen habt oder eure eigenen Erfahrungen teilen möchtet, hinterlasst bitte einen Kommentar unter diesem Video. Wir sind gespannt auf eure Gedanken und Erfahrungen. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um keine künftigen Videos zu verpassen. Gemeinsam können wir mehr Freude und Glück in die Welt bringen. Wir wünschen euch viel Erfolg auf eurer Reise und freuen uns darauf, euch im nächsten Video wiederzusehen. Bis dahin, alles Gute!